So, willkommen wieder an der B48, alias Johannes Kreuz. Bereit ist nun eingefahren. Jetzt fahren wir mal etwas zügiger hoch und hoffen, dass wir dies auch überleben. So, wenn wir jetzt die B48, wir schauen, dass es gut. Es geht mal um ein bisschen und ein bisschen. So, ich glaube, es ist der Grund, dass wir es nicht auf dem Weg gehen. So, ich glaube, es ist das ein Problem, So, ich glaube, es ist kein Problem, Wir schauen, dass wir die B48 haben. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020